Guten Morgen, Elfensohren. Wie fühlst du dich heute Morgen nach dem Auftritt? War das schön? Wie sind deine Eindrücke? Morgen erst mal, ja. Also der Auftritt war soweit ganz okay. Wir waren relativ früh dran, da gab es noch nicht so viel Publikum. Aber die Leute, die da waren, die sind auch schon mitgegangen und ja, ich bin froh, dass es ganz gut verlaufen ist, dass wir es jetzt erstmal rum haben. Man ist ja doch immer ein bisschen aufgeregt. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Auftritt. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Auftritt. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Auftritt. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Auftritt. Ja, ich wünsche euch jetzt viel moves. Musik Was anderes in mir steckt. Super Mario. Du kannst nicht passieren. Es ist mir, Mario. So, wie Herr Bauer. Was hat er? Nein! Musik Musik Ja! Ja! Danke schön! Danke, Matthias! Hallo von mir auch, Ornika! Vielen Dank für das Zuschauen! Vielen Dank auch an Matthias Müller, der das Video gedreht hat während dem Auftritt und auch vielen Dank an Ambivalence Studio und wir sehen uns bald!